Ja, da sind wir wieder. Wunderschön. Ich versuche euch mal das Gebiet zu zeigen, wo wir hin müssen. Das ist genau hier, da wo ihr meine Maus seht, da wollen wir hin. Wir sind jetzt hier oben gespawnt. Da möchte ich nicht sein, ich möchte hier unten hin. Heißt also, ich will in dem Gebiet hier spawnen. Da sieht man auch, ich habe einiges schon erkundet. Und bin auch schon bis hier hin ungefähr gekommen. Ich weiß aber, dass hier ein großer See ist. Weil ich das von oben, von dem Berg mal gesehen hatte. Und der liegt eigentlich perfekt. Genau so, wie ich es haben möchte. Und da will ich hin. Das ist das Problem. Wir machen es so, wir gehen jetzt einfach los. Ist ja auch wocht. Wir haben jetzt, ja, acht Stück. Ich denke mal, das reicht soweit. Ah, das ist was Blaues, ne? Hm. Okay, Blau ist eher nicht so meine Farbe. Können wir leider noch nicht looten. Außerdem ist da ein Raptor. Ach du je, wie kriegt der mich denn? Ich bin doch eigentlich super fix hier. Nee. Der hat mich jetzt nicht ernsthaft so gekillt. Hey. Nee. Oh, nein. Da ist auch noch ein T-Rex. Gucken mal, ob wir uns hier vorbeischleichen können. Ja. Noch ein T-Rex. Oder wie? Nee, das ist ein... Nee, da hinten ist einer. Okay. Also, das scheint ja eine ziemlich gute T-Rex-Gegen zu sein. Also, wenn ich mal einen fangen will, weiß ich genau, wo ich hin muss. Aber das ist ja nicht der Punkt, den ich wirklich jetzt erreichen will. Weil wir wollen ja hier ein bisschen woanders noch hin. Oh. Da hinten. Oh. Auf jeden Fall haben wir da noch einen T-Rex. Sogar zwei Stück sogar. Das ist doch schon mal cool. Und da haben wir einen Raptor. Okay. Und noch einen Raptor. Und noch einen Raptor. Und... Ach du Kacke. So ein dickes Vieh. Nee. Also, ich kann mich jetzt entscheiden. Vier Raptoren. Zwei T-Rexe. Oder diesen fetten anderen. Oh, ist das fies. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Ey. Ohne Witz. Ich komme dort nicht hin. Sag mal. Was muss ich denn alles machen, um dort hinzukommen? Ihr wollt mich doch verarschen. Heißen die Saurier eigentlich Stegosaurier? Stegos? Oder wie heißen die nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber so ein Tier will ich dann auch irgendwann mal haben. Das wäre echt cool. Oder so einen richtigen Bronto. Oder Bronto. Bronto. Ich kenne die ganzen Namen auch gar nicht mehr. Bronto. Bronto. Sauier. Ach du Kacke. Was haben wir denn hier? Den Tiger. Oh nein. 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 Fuck. Wenn wir mich einmal noch zerfleischen. Und ich nicht mehr aufhören kann. Oh. Oh. Er weiß was da im Hintergrund noch alles passiert. Oh ne. Noch nen Raptor. Nein. Jetzt. Ey. Ne. Du willst mich doch jetzt verarschen. Jetzt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Jetzt. Hau ab du Penner. Einschlag und ich bin tot. Oh man. Scheiße. Ist das so. Tja. Okay. Es ist zum Kotzen. Es ist ernsthaft zum Kotzen. Ich habe hier keine ruhige Minute. In der ich mal irgendwie. Mich so ein bisschen sammeln kann. In der ich einfach mal. Ne. Ne. Mann. Das gibt es doch nicht. Ach komm. Hier. Kein Ding Smoke. Kein Ding. Ey. Das ist doch. Ey. Mann. Spawn geht mich halt noch mehr. Ey. Das ist doch jetzt nur noch ein schlechter Witz. Das ist doch ein schlechter Witz. Ey. Das geht mal gar nicht. Da vorne werden wir dann gleich wieder an die kritische Stelle kommen. Wo dann um die sechs Raptoren auf einen warten. Oder? War das nicht hier vorne? Ja. Skorpione sind. Oder? Ne. Wir haben es schon geschafft. Ich glaube wir sind schon vorbei. Ja. Hier sind wir perfekt. Genau hier hin wollte ich. Hier an dieses Strandgebiet. Das ist genau meins. Hier wollte ich hin. Ähm. Okay. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Mir ist kalt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt durch die Kälte irgendwie sterbe. Und der T-Rex verfolgt mich weiter. Ne. Oder? Komm, 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 komm. Oh, oh, oh. Nein. Bitte komm. Nein. What the fuck? Nein. Scheiße. Das ist genau da, wo ich hin wollte. So. Da ist die Spitzhacke. Zwei Flint. Perfekt. Können wir uns die jetzt gleich machen. Ne. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Touches. Snogs, nabbelnd. Ich grüße dich. Alles klar. Wow. Der kommt zwei gleich an. Ich glaub's auch. Drei Stück. Ich wollte mich doch verarschen. Was ist das für ein Server hier? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Tja. Tja. Hey. Willkommen zum Netflix. Auch. Dem schwersten Survival-Spiel ever. Uh. Sind das Delfine oder Haie? Okay. Uh. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Nope. Nope. Wow. Sind das viele. Oh. Also die kommen nicht alleine. Oh. Krass. Das war mal knapp. Alle sind im letzten Moment noch dem anderen hinterher. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Ey. Du gehst da gerade in deinen Tod, mein Freund. Na gut. Ich glaub, den juckt das nicht so wirklich. Aber das ist genau der Punkt, wo ich sein will. Das ist genau meins. Da hinten an dem Stein am besten. An dem dicken Felsen. Oh nein. Er hat mich gesehen. Shit. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Jetzt dürfen wir es nicht fällen. Wir sind so weit gekommen. Ganz langsam. Nein, 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 nein. Ah. Noch einer. Nein. Oder ist es der andere? Okay, es ist der andere. Das ist aber auch blöd hier mit den Steinen gerade. Jetzt spring hoch, mein Freund. Ich komm hier nicht mehr hoch, richtig. Der kommt aber hoch, oder was? Nee. Du kommst jetzt nicht ernsthaft hier hoch. Okay. Hier sind wir schon mal ein bisschen mehr in Sicherheit. Riko, wo bist du? Ah, hier komm ich, glaube ich, nicht lebendig runter. Nö. Oh, am wenigsten habe ich keinen Fallschaden bekommen. Das wäre es ja noch. Kommt er hier hoch? Ja, kommt er. Okay. Ah. Der ist aber 24. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Riko. Hallo. Bist du hier? Oh, Gott sei Dank, ey. Okay. Endlich. Endlich. Wen hast du denn hier gekillt? Ähm, ein paar Piranhas. Oh, Mann, ey. Okay, wir haben uns endlich mal gefunden. Ich muss jetzt erstmal vorwärts essen, irgendwie. Ja. What the fuck? What the fuck? What the fuck, Mann? Du willst mich da ins Paar? Warum hat er mich jetzt angegriffen? Warum? Warum? War das jetzt wirklich nötig? War das jetzt ernsthaft nötig? Spiel? Oh, Mann.